Und da ist er wieder back, dem Bibbler bei Far Cry 5. Der Ding labert jetzt sofort. Ich hab das Spiel angemacht und sofort labert irgendjemand. Also wir hören mal direkt rein. Okay, wir sehen uns bald, sagt er. Wow, das ist ein Feind direkt. Ich wollte eben versuchen, in diesen Club einzutreten. Es gibt diesen Far Cry. Alter, 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 was ist hier los? Landet sie jetzt gerade oder was? Wo? Sie soll doch hier landen. Okay, ich weiß nicht genau, was sie macht. Sie soll eigentlich, ich will sie zur Landung zwingen, dass ich das Ding nehmen kann, das Flugzeug. Aber sie landet irgendwie nicht. Also, jetzt landet sie. Sehr gut. Fast keine Muni mehr. Ja, ich wollte kurz schauen, wie man in diesen Club eintritt. Ich weiß... Oh Gott, wow, wow, wow. Oh no. Oh no! Ähm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt überlebt hab. Eigentlich hab ich eben... Ich wurde einfach nur weggeschoben von dem einen. Oh, schon wieder leer. Ich muss unbedingt Munition holen. Einer meint, was sagst du? Hallo? Es gibt... Ah. Bevor sie es tun. Ähm, wir sollten uns vor allem mal den Kram hier holen. Ist er down? Ja, wow. Der Sound ist schon echt satt. Oh, 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 oh. Oha. Alter, my boy. Nice. Dr. Mabuse. Machen wir weiter. Alter. Das ist echt cool. Okay. Ähm, der Truck, der Truck. Den räumen wir direkt mal aus. Ich hab auch vorhin in einem Video kurz einen Bug gesehen. Irgendwie... Ähm, ist es jetzt... Ist es jetzt gut, was ich hier mach? Ich weiß es nicht. Hat das jetzt... Zählt das jetzt alles ausgeraubt? Und zwar hat er das... Hat er das... Den Truck ausgefahren lassen? Ausfahren lassen? Ist ein Stück damit gefahren? Mit diesem ausgefahrenen Truck? Ach, die ist schon bei uns. Und dann steigt er aus. Und macht die Klappe zu. Dann wird er irgendwie voll ausrasten. Gehen wir zur Seite. Oh. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Oh, shit. Snitch. Guck, wie es da drin hängt. Dann wird mal die Hand daraus. Oh mein Gott, ist das cool. Was passiert jetzt? Jetzt mal. Okay. Ist es jetzt kaputt? Oh, ist das cool. Direkt nochmal. Direkt nochmal. Oh, oh, oh. Hör auf. Hör auf, hier rumzurennen. Ich will nochmal. Also halt. Nee, ich muss ihn ja ausfahren. Aber ich muss, glaube ich, erst ein Stück wegfahren, dass er ausgefahren werden kann. Nein, keine Musik. Apropos Musik. Ich glaube, der letzte... Die letzte Folge wurde gar nicht getroffen. Halt. Halt. Nein. Oh mein Gott. Nicht in den Helikopter. Bremse lösen. Ähm. Baba, my friend. Baba. Mal gucken, wie das jetzt auch schon geht. Ob er sich nur bewegen musste. Vielleicht treffen wir die ja jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das wird ein Treffer. Treffer. Oh. Der geht immer nach hinten. In dem Video ist er nach links weggeflogen. Wie so ein Wahnsinniger. So ultra fast. Was ist, wenn ich ein seitlich stelle? Ähm. Sorry, dass ich gerade so ein kleines Kackspielkind bin. Aber jetzt ist schon ziemlich... Ness. Fahr aus, fahr aus, fahr aus. Und kann man da auch mit dem Auto reinfahren? Falls der will das ja... Na, ha, meh. Na, ha, meh. Achtung, Evelyn, Adelaine. Adelaine, blumper Quatsch. So, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob ich schon husten. Kusch, 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 kusch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, falls er nach hinten fliegt, könnte er trotzdem ein guter Treffer werden. Oh. Teleportation. Die sind so geil. Oh mein Gott. Okay, aber jetzt haben wir genug gespielt. So. Ja, wie tritt man in diesem verkackten Club bei? Halt, da können wir noch jemanden retten. Das hieß nämlich, da bekommen wir irgendwelche Skins. Ich hab Freunde schon einen Skin geschenkt bekommen, weil man... Weil ich in Arkad beigetreten bin, obwohl ich da dachte, ich wär schon längst drin. Man kann hier nämlich auf Shift und F2 drücken und ist dann hier in diesem... In dieser Übersicht. Und jetzt bin ich halt im... Keine Ahnung, hier. Und weiß nicht, wie ich jetzt im Club beitreten kann. Hey, Jungs. Dr. Mabuse, was macht ihr denn in unserem... Ich muss doch hier gleich fliegen. So. Ganz ruhig, Adelaine, Abelaine. Oh! Die Physik sind schon echt edel, oder? Wie sie weggeflogen ist. Ich nehm mir das mal. Komm her. Ähm. Habt ihr das gesehen? Sie einfach so... Oh, ich bin tot. Einfach gestorben. Okay. Yes. Würde ich gerne abreißen, nein, dieses Scheiß. Yes. Nein, nein, nein. Okay, wir haben nur das Geschütz gerade am Start, sonst nichts. Also, wir fliegen jetzt hier praktisch... zu einer... Mehr oder weniger zu einem Punkt hin, in dem wir jetzt eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, diesen Bereich, und zwar diesen Bereich dann klären. Wir kämpfen gegen John, heißt er, ne? Gegen John. Ja, doch, wir kämpfen tatsächlich gegen John. Wartet mal kurz, aber... Irgendwie kann das doch auch nicht sein, oder? Wir haben doch... Wir haben doch noch Sachen hier zu erledigen. Also, wie die ganzen Sachen befreien. Und hier ist noch irgendwas, äh... Oh mein Gott, ich hasse mich. Ich hasse mich. Warum mache ich so was? Warum steige ich einfach aus wie so ein Kackvogel? Why am I a Kackfegel? Wo ist er? Was ist das für einer? Wo ist der Heli jetzt hin? Ist er einfach weg? Ist er einfach geplatzt? Oh, mussten wir hier nicht diese Adler schießen? Ich glaube, hier mussten wir diese Adler wegballern. Nehmen wir halt den Ultratruck. Und fahren den Rest verdammt nochmal. Ah, das ist mir doch... Das passiert mir in keinem anderen Spiel so oft wie dem hier, dass ich aus Versehen aussteige. Also speziell aus Fluggeräten. Ach, Schüssel. Warum ist denn da vorne Wasser? Ah, aggressiv, aggressiv, ah. Dreh ein bisschen weiter. Oh. Jetzt hat ein Baum umgefallen. Ah! Was? Helikopterchen, was machst du hier? Du bist da noch ganz. Warum kannst du landen? Äh. Easy. Ha! Easy. Hehehe, nice. Wir machen noch kurz das Silo da kaputt. Hab ich natürlich so geplant. Überraschung übrigens, Leute. Jaja. Oh, B. Geh out the way. Geh out the way, B. Geh out the way. Ähm, wer zieht auf mich? Hört auf, sofort. Das wird nicht gemacht. Das ist sofort einzustellen. Diese feindliche Geschichte. Ich hoffe, dass ich hier dann trotzdem ganz normal weiterschniedeln kann, weil ich schon auch eigentlich, äh, diverse Dinge machen möchte. Halt jetzt wie, ihr wirst schon die ganzen Sachen finden. Das werde ich vielleicht jetzt nicht zwingend vor der Kamera machen. Ich denke, dass solche Sachen wollt ihr hier nicht sehen. Das soll ja nicht so werden wie bei Fall Out, dass ich jeden Furz zeige, sondern, also bis jetzt hab ich's zwar so gemacht, aber dass ich eben hauptsächlich die, die Mission und alles zeige. Ich glaube, wir landen halt einfach mal. Wir haben volles Ende erreicht. It's your boy. Fall the end. Hier bist du in die Church. Ich trink grad mal einen Schluck. Eine Sekunde. So, weg da, ihr Räbelchen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nee, ich dachte, der Pfarrer, irgendwie so ein Pisser, der kann ruhig verreikten, ist mir egal. Ich hoffe, dass jetzt nicht die Missionen alle im Arsch sind, wenn ich jetzt hier am Arbeiten bin. Ich hätte schwönen können, ich hätte ja auch noch Missionen für diese Ochsenschwanzsuppe. Naja. Die haben uns doch konditioniert mit dieser scheiß Spiele. Warum müssen die uns ins Gesicht schlagen? Was solltet's? Hm. Hm, nicht kaum. Die Sünde muss bekannt sein, um vergeben zu werden. Denn verbergen wir unsere Sünde, verbergen wir uns selbst. Du wirst dich nicht länger verbergen. Dein wahres Weg ergießt sich über den Boden, damit alle es sehen. Perfekt. Perfekt. Oh, fuck. Die haben ja den Ding und die Brüller. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, bringen wir den Berg zum Propheten. Fangen wir an. Ich dachte, ein bekanntes Gesicht machte die Entsühnung leichter. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Oh, no. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Wie die willigen Buße für ihre Sünden tun. Wie die willigen Buße für ihre Sünden tun. Legst du Nick Ryd eine Hand auf das Wort von Joseph? Legst du Nick Ryd Fick dich! Nein, ich unterwerf mich niemals diesem Psychopathen. Und da ist sie. Gier. Du denkst immer nur an dich selbst. Nick? Ja, ich tue Bursche. Oh oh. Wer deine Sünden nachnimmt. Die Macht... ...dich verfreut. Legst du... ...deputier deine Hand auf das Wort von Joseph. Legst du... ...deputier deine Hand auf das Wort von Joseph. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Was für Sünden. Was für Verfehlungen. Sag ja. Ah, da ist eine Waffe drin. Wisst ihr noch? Der hat doch da die Waffe drin... ...er hat doch da die Waffe reingemacht. Warte, ich sag jetzt ja und dann... Oh. Fuck. Hab ich ihn... Ich hab ihn ja noch nicht getroffen am Ohr. Hahahaha. Shit, dude. What the fuck? Schick dich... Oh. Oh man. Oh nein, 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 nein. Okay. Okay, ist down. Was ist das? Ah, der Safe. Scheiß doch auf den Safe. Wartet kurz. Buh. Bam. Ja, John wurde beschossen. Der Pisser soll sich ruhig... ...soll sich ruhig mal eben verbluten und einbuddeln gehen. Der Sack. Kurz nachladen. Wartet kurz. Der andere da draußen steht eh nicht, ne? Ja, also nicht richtig. Buh. Chill. Und du? Wo ist hier noch jemand? Oben irgendwo? Warte mal, wo ist Boomer? Wir brauchen Boomer. Der sagt uns immer schön an, wo die... ...wo die Leute sind. Buh. Okay. Hello Monsieur. Okay. Die können direkt aufstehen. Krass, Mann. Ich treffe mit dem Ding gar nichts. Der Para ist so krass. Ja. Wo ist Nick? Ja, wo ist Nick? Also er rettet ihn, ne? Okay. Let's go bitch. Boah, wir reißen jetzt brutal stark aus, Alter. Jimmy, Johnny, Johnny... Hallo, fährst du mal los? Ich weiß nicht, ich schieße jetzt tot und wir verlieren. Fuck. Ich schwöre es nicht. Oh, das sind gute. Das sind gute Wichte. Das Schild war es. Ich weiß es. Das ist... Shit, girl. It's your... Fuck! Ich dachte noch, ich darf bloß nicht die Frau treffen. Aber dann habe ich sie doch getroffen. Sind das jetzt unsere Leute? Ich glaube, das sind unsere Leute. Halt uns! Mach dir Platz! Fuck, ich weiß nicht, wer böse ist und wer gut ist. Ich schieße einfach auf alles. Weg ist er. Ich drehe mich auch immer so langsam. So, der ist auch weg. Böse Wichte. Bye, bye. Wo? Von wo? Flugzeug? What? Fuck, girl. Fuck! Ich weiß gar nicht, ob ich mich getroffen habe. Die Kugeln sind sehr langsam. Das sind sogenannte langsam Kugeln. Die sind langsam aber dafür stark. Mach ich doch. Ne. Bekommt gar kein Feuer, Bitch. Aha. Der ist auf die Mates abgestürzt. Fuck. Fuck, die... Fischgründe. Das sind die heiligen Fischgründe. Weißer so, Deputy! Ja! Ich mach's Wasser kaputt. Wo ist jetzt der Pilot? Weg... Die mach ich dir easy weg. Bye, bye, Bitch! Ist der einfach... Hab ich den umgebracht oder ist das Flugzeug direkt kaputt? We love you. We will take you. We will take you. Da ist ja einer. Naja, den treffe ich irgendwie nicht. Aber ich treffe mich auch nicht. Was ist vor uns? Ich seh gar nicht. Oh. Du hast recht. Das ist aber ein Maid von uns. Das ist John Seeds Flieger. Oh. Ist der größer als die anderen? Oh, das ist echt ein Feind. Okay, ich hab's dein Kollege. Boom. Drüber gefahren. Da kennt die nix, die alt. Die kennt doch nix. Die fliegt einfach drüber. Die fährt einfach drüber da. Ob wir jetzt in diese Anstalt fahren, die irgendwo war? Oder war das eine andere Anstalt, die ich... Hoppala. Das war nicht geplant. Sind da Feinde? Wo? Ah, da. Das hab ich doch aber schon beigeräumt hier. Boom. Nee, nee, nee. Nichts helfen. Ja, willst du mich verarschen? Du willst, dass ich mit dem Flugzeug fliege und dann aber... Parkst du vor dem Hangar? B-Shirt. This is B-Shirt. Ja, komm. Oh mein Gott. Ich bin zu da, um einzusteigen. Ähm. Muss ich echt von der anderen Seite ran? How point is that then? Kommt die jetzt mit eigentlich? Jetzt. Das heißt, ich kann ihn jetzt rufen. Den Nickarino. Besser. Nick! I need you on my... I need you on my sex. I need you on my sex. Woah, 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 woah. Das war ein Luftloch, sorry. Komm, Nick! Bestimmt, dass er seine Familie umbringt. Du, mit deinem kleinen Furzflugzeug willst du uns töten, Alter. Da können wir richtig Blatt machen. So will ich ja gar nicht, woher die Schüsse kommen. So krass bin ich am Starten. Lalalalalala! Tja, wie fühlt sich das an, wenn jemand in deinem Anus steckt? Ah, okay, das hat sich sehr merkwürdig an. Das habe ich eben nicht gesagt. Bin ich eigentlich am Smoken hier gerade, oder ist er das? Er meint, er kann irgend... Oh! Raffinierter Junge, aber nicht mit uns. Denn Nick und ich, MC Hammer, Enkelschreck, sind am Start. Fuck! Ich zappel immer... Okay, jetzt kriege ich ihn. Warte, 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 warte! Ich kriege einfach in ihn rein. Wow, Nick! Was machst du? So ein Feuerball, Junge! Ich schmeiße eine Bombe nach oben in dich rein. Alter, das Flugzeug schmiert, ich schmiert glaube ich gerade ab. Obwohl ich noch gar nicht getroffen werde. Gleich ist er weg. Ah, jetzt kann ich gerade nicht schießen. Und zwar, wo ich ihn doch richtig am Sack hätte. Ja, ja, aber wenn er dann wieder bewegt, kann ich wieder. Ja, 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 logisch, logisch, logisch. Und dann... Komm her! Oha, Nick! Nick, du musst schießen, du bist direkt hinter ihm! Sorry, Nick. Das war gerade mal nicht geplant, gell? So, ich schlicht jetzt ein bisschen auf und raste richtig aus. Du verarschst mich! Wie meine Haare flattern. Er ist echt umgedreht und ins Reingeflogen. Er muss dort auch drauf gehen. Hm. Hm. Also, ich weiß ja nicht, John Seed. Und dein ganzes Leben kannst du anus sagen. Nick hier! So kommt mir der Motherfucker nicht davon! Ich kann fliegen, wenn er sich... Sag Bescheid! Ja, Nick, I'm not you, dude! I'm not you! I'm not you! I'm not you! Woah, 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 what is... Okay! Auf ein neues! Aber die sind fix nicht in mich rein, die Pisser! Oh, yeah! I got you, bitch! I got you, babe! What?! Nick! Ich hab'n Nickis in uns reingeflogen! Oh! Ich hol'n ihn nicht! Ich hol'n den Nick nicht mit! Der hilft ja gar nicht! Er fliegt nur in uns rein! Also jetzt, gerade mal, ausnahmsweise! Hm. Das ist doch echt ne riesen Scherz! Naja, flieg! Aber flieg nicht in mich rein! Der Penzer! Was ist nix los? Was sieht mich denn da? Da hinten fliegt er! Da fliegt er da... Er fliegt runter! Ich hol'n dich in die Hölle! Hörst du mich? Du bist ein toter Mann! Nanananananananana! Wie angesteckend je zwar noch sein kann! Jetzt muss ich euch rein! Nick! Bitte fick nicht in mich rein! Bitte nicht! Wow, wow, wow! Nicht so schnell! Der Vater gab dir eine Chance zur Erlösung und du hast weitergerufen! Sieh nur... Sieh nur... Sieh nur... Sieh nur... Ich sah eben so aus, wenn einfach... Als wenn irgendwas... Als hätt' ich irgendwas abgeschossen! Oh Gott, Nick! Bitte ramm' nicht in mich rein! Und da sind ja noch andere, die mich... die mich auch beschießen! Kann das sein! Das wird natürlich Sinn machen, dass dann der kleine Leib gerade hat! Die kannst du nur so blind sein! Wenn du mich tötest, tötest du sie! Halt'i'gosh! Ich töte hier niemanden! I just gonna fuck you, dude! Waaah! So, bye-bye! Ah, fuck! Hör' auf, sowas zu fliegen! Und Nick, bitte! Nick ist so nah! Ich hör' ihn! Er ist so fucking nah bei uns! Ach, shit! Ich will das... dass Nick jetzt einfach mal weggeht! Ich sag' Nick, du kannst nicht solche manier überfliegen mit deinem Flugzeug, ne? Du hast nämlich nur so ne... so ne Schneegans! Ja! Baba, bitch! Baba! You're dead! You're dead! Äh, ist mein Stalker gegangen, oder was? Der fliegt noch! Ja, also... Ah! Ah! Ich... Ah! Ich will, dass du abstellst, du kleine Bitch! Brauchst ein Treppenlift! Alter, ich werd sowas... Oh Gott! Sterb' ich, wenn ich in den Reihen flieg? Ich hab' Schiss! Ich hab' Schiss! Er hat keine Furcht! Wir sind da auch vorbereitet! Hey! Feuer! Der Vater hat uns den Weg gezeigt! Der Vater hat uns den Weg gezeigt! Er bereitet meinen Bunker vor! Ich werde zu euch kommen! Wir erwarten den Kollox gemeinsam! Okay, wartet! Ich will jetzt mit ihm, äh, mit ihm landen hier irgendwie! Und ihn dann schön... ...den Anus... ...auseinanderreißen! Komm her! Ich erwarte dich hier! Ha! Besorge! Ah! Wow! Ey, wie er noch ne Waffe gezogen hat, ne? Der Sack! Oh, Jacob! Ich ist da tot irgendwie! Schade! Der Dreckarsch! Was, wenn Joseph recht hat? Hast du mal einen Moment darüber nachgedacht? Hast du das? Alle halten ihn für verrückt! Aber das stimmt nicht! Zieh dich da rum! Die Welt steht am Abgrund! Du spürst es! In deinen Knochen! Siehst du die Schlagzeilen? Siehst du, wer an der Macht ist? Du willst den Schlüssel! Weil du glaubst, du würdest Menschen retten, aber die sind schon in Sicherheit! Wir haben einen... ...einen Plan! Du verstehst nicht! Du glaubst nicht! Es ist dir egal! Es ist dir egal! Möge Gott... ...deiner Seele gnädig sein! Hm! Hm! Du hast also einen... ...plan! Oh mein Gott! Ich wollte grad sagen... ...Demputy! Ich weiß nicht, was ich sagen soll! John Seed hat dieses Tal so lange terrorisiert! Ich hätte nie gedacht, dass das mal enden würde! Aber noch kannst du dir nicht selbst auf die Schulter klapfen! Hudson und alle anderen, die in Johns Bunker gefangen sind, müssen gerettet werden! Ich trommle alle zusammen, die ich kriegen kann, und treffe dich dann dort! Aber du musst sofort los! Niemand weiß, was ihnen Edensgate nach all dem antun wird! Okay! Die Fähigkeit zu vergeben! Jetzt will ich aber doch erstmal wissen... Hallo! Ah shit! Das ist jetzt dumm! Ist er down? Ja, er ist down! Was ich noch sagen wollte... Ich bin gespannt, wie viel Geld da dabei hat! Da müsste er eigentlich 8.000 Kilo Geld dabei haben! 1.500! Okay, genau das habe ich... Damit läuft, läuft! Mit sowas habe ich nämlich gerechnet! Das wäre schwach gewesen, wenn er jetzt nur 30 Dollar dabei gehabt hätte oder sowas, wisst ihr? So wie die anderen... 4... 6... 6 Dollar! Wer hat denn bitteschön... Oh, ich glaube wir werden gleich etwas Spaß haben! Nicht die Bremse lösen! Interagieren! Ah, hier kann man die Bremse lösen! Okay! Oh! Nice! Nicer Dicer! Und jetzt, meine Herren... Also der fliegt wohl immer in eine Richtung! Ich weiß nicht mehr, welche Richtung es uns ist, weil wir... Jetzt ja... Na Gott! ganz anders stehen! Aber ich werde einfach mal was versuchen! Und zwar fahre ich jetzt mal hier hin! Schmeiß kurz ne Dose! Überfahr... Fass ne Kuh! Hab ich's überfahren? Ich hoffe doch nicht! Und jetzt hoffen wir einfach, dass auf irgendeine Weise die Bösewichte getötet und die Guten verschont werden! Was los? Truck! Du entscheidest! Bitte treff nicht mich! Ich stell mich so schräg hin! Oh nein! Ist das geil! Oh! Irgendwie ist der eine gestorben! So, du! Ich habe ziemlich sicher bei Franks Häuschen jemanden schreien hören! Lass uns lieber mal schauen, ob es ihm gut geht! Okay! Okay! Zwei Arme, zwei Beine, zwei auf! Mir geht's gut! Mir geht's gut! Oh, da ist sogar vorne dran noch die... Oh mein Gott! Kann ich das anmachen? Ja! Das ist an! Ähm... Wird ihr wisst denn, wie geil das ist? Arbeit das nicht? Das ist jetzt voll hier durch! Hahaha! Ist das cool! Boah, wie der Brems! Wuff! Ich will mal kurz jemanden... Ich brauche... Ich brauche einen Feind! Ich brauche ganz schnell einen Feind! Was ist jetzt hier oben? John Seeds Bunker ist da oben, okay! Dann fahren wir doch mal... Hey! Machen wir das einfach mal lockerflockig da! Ich brauche den Wind! Ich glaube das gesamte Valley hat gerade gleichzeitig erleichtert und aufgeatmet! Ah, hallo Gegner! Nein, die müssen stehen! Ich brauche jemanden, den ich so richtig reinfahren kann! Ach! Hat sich ja schon wieder ausgespaßt! Das Ding ist viel zu langsam! Wir nehmen ein... Können wir hier einfach durchfahren? Wahrscheinlich, ne? Die Kollegen sind ja schon da oben und warten auf uns! Das heißt, hier muss es frei sein! Ja! Habt ihr recht! Also ich habe jetzt noch gar nicht großartig darüber nachgedacht, ob die vielleicht einfach Recht haben, diese Sekte! Ich meine, so ist es ja oft mit Sekten! Beziehungsweise an sich mit Religionen, was ja... Ja, dasselbe ist! Also ich meine, man glaubt dann irgendwas und verfolgt Ziele, höhere Ziele, die aufgelegt wurden, die man sich selbst auflegt, von denen man glaubt, dass sie einem auferlegt wurden und das ist dann immer schwierig für Außenstehende, so wie für Innenstehende, weil die Außensicht denken, was ist da los? Und die aus dem inneren Kreis, die sich denken, was ist da außen los? Und das ist doch richtig! Naja... 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 Ich kürze jetzt hier ab, direkt über den Berg! So... Gleich sind wir D, like a Teddy Bay! Hey Leute, was macht ihr hier? Wir greifen euch jetzt an! Wie soll ich mal da stehen und überhaupt nicht hier einen scheiß Bunker bewachen? Ist der gerade abgestützt? Ja... Ne... Ah ne... Hier sind wir vorhin rausgerannt, letztes Mal, wisst ihr noch? Welcome to Eden's Gate! Alter, das sind ja echt... Hallo, hallo? Warum sind hier die Feinde noch? Warum sind hier Feinde? Hier... Warte mal, ich wollte doch... Oh Leute, wir haben hier eine ziemlich mächtige Waffe stehen! Hehehehe! Oh, da ist ja gar keine Truck vorne dran! Vielleicht geht's doch trotzdem! Wahrscheinlich nicht! No! Ne, du schießt mich nicht! Bin unsichtbar! Diese Wackelei ist schon hart mit dem Teil! Oh, der war noch da hier irgendwo, oder? Doch nicht? Okay! Ja, hier sind wir letztes Mal rausgerannt, als wir... Ah, okay! Alter, er schmeißt Pumpen ab! Direkt hier bei mir! Wahnsinniger Kerl! Oh, was haben wir denn noch hier? Seelendemographie! Es ist wichtig, dass ihr an Folgendes denkt, wenn ihr Seelen auswählt, die rettet werden sollen! Reine Seelen! Das ist ein Muss! Ist eine Seele von der verderbten Welt befleckt? Dann schaut der Menschen in die Augen, um zu sehen, ob er erlöst werden kann! Jede Seele muss die Reinigung durchlaufen, ehe sie in den Bunker gebracht wird! Klarer Verstand! Wir brauchen Menschen mit viel Intelligenz, Talent und Fähigkeiten! Vor allem müssen sie beweisen, dass sie sich ganz dem Aufbau einer besseren Welt verschreiben können! Gesunder Körper! Nehmt die Gesunden, nehmt die Starken, nehmt die Jungen! Die Kinder von heute sind die Mütter und Väter von morgen! Aha! Dann rasten wir jetzt hier mal richtig aus und bekämpfen den Bunker in der nächsten Folge! Bis zum nächsten Mal, tschau tschau!